Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen nun, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Vielleicht hat er eine Prügelei. Schade Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Er treibt sich ja auch mit schrägen Typen rum. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ohne haben. Na klar, sicher. Aber falls er dich nochmal anrührt, ist er tot. Lass mich raten. Ich soll schleunigst zu dir kommen. Und zwar bewaffnet. Weißt du, worum es geht? Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen. Das heißt unerhört. Unerhört. Der Russe steckt zwölf Kilometer vorm Stadtkampf. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn. Vergelein! Vergelein!